Und ich glaube, diese gesellschaftliche Wertschätzung für soziale Berufe ist Voraussetzung dafür, dass diese Gesellschaft auch bereit ist, den Sozialstaat mit einer besseren Struktur und mit mehr Ressourcen auszustatten. Und deswegen war es mir wichtig, darauf auch nochmal hinzuweisen auf dieses Thema der Wertschätzung. Ja, herzlich willkommen in der Wirtschaft, Rudi und Patrick. Schön, dass ihr da seid. Patrick, was trinkst du am liebsten, wenn du in der Wirtschaft bist? Ich trinke verschiedene Getränke, aber Cola ist immer schon ganz beliebt. Ja, super. Dann hole ich uns mal drei Getränke und dann Prost. Jetzt los. Herzlich willkommen zu unserer 66. Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen wollen. Dafür sprechen wir mit ExpertInnen aus den verschiedenen Disziplinen der Wirtschaftswissenschaften über ihre Forschung bzw. Arbeit und über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. Und hinterm Tresen stehen für euch heute Felix und Rudi und an der Theke sitzt Patrick Schreiner. Ja, Patrick, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, auch nochmal von mir. Hallo, Patrick, ich darf dich kurz vorstellen. Du bist promovierter Politikwissenschaftler und arbeitest als Gewerkschafter in Berlin. Deine Arbeitsschwerpunkte sind Wirtschafts- und Sozialpolitik, Wohnen und soziale Ungleichheit. Und du hast verschiedene Bücher geschrieben, beispielsweise über das Leben im Neoliberalismus und über Wirtschaftsmärchen. Genau, und heute möchten wir mit dir über den Sozialstaat sprechen oder vielleicht auch über das, was noch vom Sozialstaat übrig ist, denn du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Nichts für alle und beschreibst dort, dass unser Sozialstaat auf der Kippe steht, unter anderem, weil es an Geld, Personal und Wertschätzung mangelt. Und du hast vor allem auch mit Menschen gesprochen, die für den Sozialstaat arbeiten und dir von ihrem Alltag und den vielfältigen Problemen berichten lassen. Bevor wir ins Thema einsteigen, wollten wir dich fragen, wie du eigentlich dazu gekommen bist, dieses Buch zu schreiben und dich mit dem Sozialstaat auseinanderzusetzen. Ja, vielleicht sollte ich vorweg schicken, dass es kein klassisch wissenschaftliches Buch ist, mit, was weiß ich, These, Methode und dem Anspruch, irgendwie was Neues zu machen, sondern es ist ein Buch, das aufzeigen soll, wo die Stärken, aber eben auch die Schwächen unseres Sozialstaats liegen und das nach Möglichkeit eng an der Praxis. Du hast ja gesagt, ich habe mit verschiedenen Menschen gesprochen, die für den Sozialstaat arbeiten oder gearbeitet haben. Es sind ja auch ein oder zwei Rentnerinnen und Rentner dabei. Also ich habe mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern aus dem Jugendamt gesprochen. Ich habe gesprochen mit einem Ehrenamtlichen, in dem Fall Rentenberater. Ich habe gesprochen mit einer Kita-Erzieherin, mit einer Altenpflegerin und so weiter, weil ich glaube, dass im öffentlichen Diskurs einiges, also im öffentlichen Diskurs über den Sozialstaat einiges verzerrt ist und ich die Hoffnung habe, dass im Gespräch mit denen, die jeden Tag sozusagen aus der Praxis heraus diesen Sozialstaat nicht nur erleben, sondern auch gestalten und letztlich unsere Gesellschaft menschlich machen, dass aus deren Sicht einiges auch in diesem öffentlichen Diskurs korrigiert werden kann und deswegen eben sozusagen diese Herangehensweise mit Menschen zu sprechen. Und warum habe ich das gemacht? Weil ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren eine massive Sozialstaatsabbau- und Umbaudebatte kriegen werden mit Blick auf die Finanzlage der öffentlichen Haushalte, mit Blick auch auf beispielsweise die Aufrüstung, die die Finanzlage nochmal verschärft, aber auch mit Blick auf den demografischen Wandel, den es natürlich gibt und der viele Ausgaben auch antreiben wird und die Finanzierungsfrage eben verschärfen wird. Ich glaube, dass da viel auch überzogen wird und dass da viel auch gelogen wird, aber man kann nicht leugnen, dass es einen demografischen Wandel gibt. Und ich glaube, weil wir diese Debatte kriegen werden, ist es sinnvoll, jetzt sich schon Gedanken darüber zu machen, warum ist unser Sozialstaat wichtig und wertvoll und wo kann man aber eben auch Schwäche und Probleme feststellen. Und deswegen habe ich das Buch gemacht. Du hast es gerade schon angesprochen, es ist ein sehr aktuelles Thema. Das haben wir auch, oder das verfolgt, glaube ich, gerade jeder, der so ein bisschen die Medien verfolgt. Die Bundesregierung ist gerade mitten in den Haushaltsverhandlungen und es scheint offenbar ordentlich zu haken. Das Geld ist knapp, was unter anderem an der Schuldenbremse liegt. Und deswegen kommt es aktuell jetzt auch schon, du meinst, es wird noch viel, viel größer, aber es kommt auch jetzt schon zu Debatten um unseren Sozialstaat. Lindner hat unter anderem ein dreijähriges Moratorium für Sozialausgaben gefordert. Er will die Ausgaben für das Bürgergeld stark kürzen und er fordert ein Ende der sogenannten Verteilungspolitik. Und auch diese Woche erst oder am Sonntag meinte Olaf Scholz beim Sommerinterview, dass er den Sozialstaat verteidigen möchte. Bevor wir auf diese Debatte, die jetzt aber auch nicht wirklich neu ist, aber gerade trotzdem sehr, sehr laut ist, eingehen, nochmal vielleicht so eine ganz grundsätzliche Frage. Was sind denn die eigentlichen Aufgaben des Sozialstaates oder was umfasst eigentlich der Sozialstaat? Also wenn man dem öffentlichen Diskurs so zuhört, dann könnte man ja den Eindruck haben, Sozialstaat ist in erster Linie die Versorgung von Arbeitslosen. Weil das Thema Bürgergeld, das ist ja das, was in der Debatte irgendwie massiv im Vordergrund steht. Zusammen so ein bisschen mit der Rentenpolitik und dem demografischen Wandel. Aber ich sage mal, die Debatte rund um Sozialstaat dreht sich ganz, ganz stark um das Bürgergeld. Sprich um die Versorgung von Menschen ohne Arbeit mit in dem Fall ja kleinen Einkommen. Ich halte das für eine Verzerrung, weil weniger als fünf Prozent aller Ausgaben des Sozialstaats gehen in diesen Bereich, aber weit über fünf Prozent der öffentlichen Debatte finden hierüber statt. Und dabei gerät völlig außer Blick, dass der Sozialstaat eben noch sehr viel mehr Aufgaben hat, als in Anführungsstrichen nur Menschen mit Einkommen zu versorgen, die keine Arbeit haben. Also ich habe die Rente ja schon genannt. Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, damit sie ein auskömmliches Leben auch im Alter führen können. Gesundheitsversorgung, Pflege, da reden wir teilweise über Versorgung mit Einkommen, aber in erster Linie reden wir da über Versorgung mit Sachleistungen und Dienstleistungen. Also der Staat finanziert beispielsweise Medikamente, Krankenhäuser und Dienstleistungen, die damit zusammenhängt, Altenpflege, Krankenpflege, also Krankenhäuser natürlich keine Altenpflege, aber Krankenpflege, Operationen und so weiter, medizinische Versorgung. Auch der gesamte Bereich der sozialen Arbeit mit den verschiedensten Zielgruppen von Jugendlichen über Menschen mit Behinderung bis hin zu Suchtkranken und so weiter und so fort. Also auch das gehört letztlich mit dazu. Auch hier finanziert der Sozialstaat Dienstleistungen. Das gerät sehr oft leider aus dem Blick. Und was leider eben auch aus dem Blick gerät ist, dass unterm Strich alle vom Sozialstaat profitieren. Das ist ja auch so ein Problem unserer Debatte. Es wird so getan, als würden wenige profitieren und andere in die Röhre gucken. Bei der Arbeitslosen- oder Bürgergelddebatte ist das ganz offensichtlich. Wir alle müssen diese in Anführungsstrichen Faulenzer, wie es dann zwischen den Zeilen heißt, finanzieren, was natürlich absurd ist, so ein Diskurs. Aber ähnlich auch bei der Rente, wo argumentiert wird, es sind immer mehr Rentner und alle anderen, die das finanzieren müssen, die werden überfordert. Das heißt, hier wird ein Diskurs gefahren von Überforderung derer, die bezahlen müssen, während andere die Hand aufhalten. So will ich es mal zugefristig formulieren. Und das halte ich für völlig absurd. Unterm Strich profitieren wir alle vom Sozialstaat. Wir alle waren mal in der Kita oder in der Grundschule oder in der Schule. Auch das ist, wenn man zumindest einen weiten Begriff hat, auch das ist Sozialstaat. Wir alle können krank werden. Und die allermeisten sind hierzulande ja krankenversichert. Und die, die es nicht sind, ist eine Lücke, die man schließen muss. Aber sozusagen der Sozialstaat ist letztlich auch, was Gesundheitsversorgung angeht für alle. Wir alle können in Lebenssituationen kommen, wo wir sozialarbeiterische Unterstützung brauchen, weil wir suchtkrank werden oder wie auch immer. Und das gerät in diesem Diskurs leider eben oft aus dem Blick. Also der Sozialstaat hat unheimlich viele Aufgaben. Und ist unheimlich wichtig. Und ich glaube, wir tun gut daran, mehr in den Blick zu nehmen, wie vielfältig diese Aufgaben sind und wer davon alles profitiert. Kannst du uns sagen, seit wann es den Sozialstaat, so wie wir ihn heute kennen in Deutschland, schon gibt? Also klassischerweise würde man jetzt auf Bismarck verweisen. Das ist wahrscheinlich das, was wir alle in der Schule gelernt haben, mit der Einführung der Unfallversicherung damals, Rentenversicherung. Also die ersten Säulen der Sozialversicherung, die Bismarck eingeführt hat, was auch sicherlich nicht falsch ist. Trotzdem würde ich sagen, man kann jetzt nicht sagen, das war der Startpunkt des Sozialstaats. Denn bestimmte Leistungen sind später noch eingeführt worden. Und die Frage ist auch, wo lassen wir den Sozialstaat beginnen? Also wenn wir uns zum Beispiel die soziale Arbeit anschauen, die ja für den Sozialstaat heute eine unheimliche Bedeutung hat, dann liegen ihre Wurzeln schon auch im 19. Jahrhundert in so einem bürgerlichen, ehrenamtlichen Engagement zur Versorgung von Menschen, die sehr krank sind oder arbeitslos sind oder auch Kindern und Jugendlichen. Sozusagen die, ich sage mal, etwas zugespitzt, ohne das Abwerten zu meinen, die reichen Bürgersfrauen haben sich aus den armen Vierteln angenommen. Wir können aber nicht sagen, das ist der Beginn des Sozialstaats, aber es ist halt eine wichtige Vorentwicklung sozusagen. Wann ist der Sozialstaat oder wann ist soziale Arbeit jetzt wirklich Element des Sozialstaats geworden? Das kann man so, glaube ich, nicht sagen. Deswegen finde ich es schwierig, so ein Startdatum zu nennen. Aber man sollte das, glaube ich, eher als einen historischen Prozess sehen, als eine gewisse Pfadabhängigkeit, dass bestimmte Entwicklungen eben zu anderen Entwicklungen geführt haben und am Ende dann der Sozialstaat entstand, wie wir ihn heute haben. Der, und das ist, glaube ich, aber schon noch mal wichtig zu sagen, der natürlich eine Reaktion auf den Kapitalismus ist, auf die Industrialisierung, die sich durchsetzt. Ein Kapitalismus, der, wenn er eben nicht reguliert wird, auch sozial reguliert wird, zu großem Elend führt. Und deswegen gibt es eben diesen Sozialstaat. Der, und das will ich an der Stelle vielleicht noch ergänzen, wenn wir über Regulierung sprechen, der aber eben nicht nur Leistungen, Dienstleistungen zur Verfügung stellt und Einkommen finanziert, sondern auch Verträge reguliert. Arbeitsverträge, Mietrechts, also das Mietrecht regelt Mietverträge und so weiter. Auch das ist ein ganz wichtiges Element, wo man eben auch nicht sagen kann, das entstand dann und dann und dann, sondern auch das war eben so ein Prozess, der nach und nach, ja. Jetzt schreibst du, oder deine These in deinem Buch ist ja, dass der Sozialstaat immer mehr unter Beschuss steht und du hast ja auch gerade schon ausgeführt, dass du die Angst hast, dass das jetzt erst so richtig losgeht und in den kommenden Jahren nochmal ein viel, viel größeres Thema wird. In deinem Buch schreibst du aber auch, dass der Anteil der Sozialausgaben am BIP heute höher ist, als er vor 25 Jahren war. Um vielleicht so eine provokante Frage zu stellen, haben dann Menschen wie Lindner recht, wenn sie sagen, der Sozialstaat ist aufgebläht oder wächst ja immer weiter und? Also nein, Lindner hat natürlich nicht recht, weil Leute wie Lindner massiv übertreiben damit, wie die Kosten des Sozialstaats relativ zum Bruttoinlandsprodukt angestiegen sind. Ich habe das aber deswegen so geschrieben, weil es ist ja natürlich auch ein Stück weit so, auch wenn Lindner und Co. das gerne übertreiben, weil es eine gewisse Tendenz gibt unter, ich sage mal vorsichtig den Freundinnen und Freunden des Sozialstaats, diese Entwicklung klein zu reden. Und man kann die auch Statistiken finden, die zeigen, das war alles gar nicht so wild. Was dabei, glaube ich, gerne vergessen wird, ist Folgendes. Wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch eine massive Versuche gesehen, den Sozialstaat klein zu kürzen. Beispielsweise, indem man die Gehälter bestimmter Beschäftigtengruppen im Sozialstaat niedrig gehalten hat. Pflege ist das Beispiel, wo wir am meisten drüber diskutieren. Aber auch diese ganzen Auslagerungen, beispielsweise von Küche, Textilversorgung, Reinigung in Krankenhäusern, Pflegeheimen und so weiter, das hat man natürlich nicht gemacht, weil das irgendwie, wie Sie es uns erzählt haben, irgendwie moderne Form der Organisation von solchen Betrieben ist, sondern weil man durch Auslagerungen, Tariflöhne oder bessere Bezahlung, wie sie in den Kernbereichen üblich ist, untergraben konnte, hintergehen konnte. Und das hat natürlich auch zu Einsparungen im sozialstaatlichen Bereich geführt. Und mein Argument ist, wenn wir so ehrlich sind und sagen, wenn es alle Leistungen gäbe, die es bräuchte, und wenn alle, die im Sozialstaat arbeiten, so bezahlt würden, wie sie es verdient hätten, nämlich gut bezahlt würden, dann hätten wir schon eine andere Entwicklung der Kosten des Sozialstaats gemessen am Bruttoinlandsprodukt, als es heute die Zahlen oft ausweisen. Und ich finde, das ist wichtig, deswegen in den Blick zu nehmen, weil es nichts bringt, so zu tun, als würde es alles nichts kosten. Nein, der Sozialstaat kostet natürlich Geld. Und ich bin der Meinung, er muss uns dieses Geld auch wert sein, weil er unheimlich wichtig ist. Und er wird, ja, er wird in den nächsten Jahren teurer werden. Aber eine Gesellschaft, die auf sozialen Zusammenhalt und soziale Teilhabe setzt, muss sich diese Kosten letztlich dann auch leisten wollen. Und diese steigenden Kosten haben wahrscheinlich auch viel mit einer alternden Gesellschaft zu tun, die mehr Leistungen am Schluss auch braucht, im Krankenhausbereich oder in der Pflege. Genau, darüber haben wir ja anfangs schon gesprochen. In der Tat wird der demografische Wandel leider diese Debatte nochmal verschärfen. Und ich halte es für falsch, das irgendwie zu verleugnen. Den gibt es und der wird zu steigenden Kosten, auch er wird zu steigenden Kosten führen. Und da ist es aus meiner Sicht wichtig, dass die Gesellschaft dann sagt, ja, wir nehmen das in Kauf. Es ist uns das wert, dass Menschen in diesem Land, alte Menschen in diesem Land menschenwürdig leben können und menschenwürdig sterben können und eine menschenwürdige, gute medizinische Versorgung bekommen. Also nicht nur die alten, natürlich alle. In deinem Buch schreibst du, dass der Beginn des Abbaus des Sozialstaats in den 80er Jahren lag. Kannst du sagen, was damals da passiert ist und wie es sozusagen dazu kam? Also man hatte ja im Grunde schon ab den 70er Jahren so einen gewissen Umschwung in der politischen Debatte gehabt, der üblicherweise als Neoliberalismus bezeichnet wird, als neoliberaler Umschwung. Da habt ihr ja auch einige Folgen schon dazu gehabt. Und das war letztlich schon der Auslöser, wobei da in England und USA, würde ich meinen, die in westlichen Industriestaaten die ersten großen Schritte gemacht wurden unter Reagan und Thatcher, also Thatcher in Großbritannien, die die Gewerkschaften klein geknüppelt hat und den Sozialstaat gekürzt und die öffentlichen Wohnungen privatisiert und so weiter. Reagan in den USA, der ebenfalls die Gewerkschaften klein gemacht hat und den Sozialstaat gekürzt und so weiter. In Deutschland wollte ja Kohl damals so ein bisschen dem nacheifern. Ich würde aber meinen, dass das unter Kohl nicht das Ausmaß hatte, was es in Großbritannien und den USA hatte, sondern dass das in Deutschland dann vor allem in den 1990er Jahren und in den 2000er Jahren der Fall war. Was man aber auch nicht vergessen darf, ist, dass USA und Großbritannien auch nicht der Anfang des Ganzen waren, sondern diese Denkweise, wenn wir dann Entwicklungs- und Schwellenländer mit in den Blick nehmen, dann müssen wir über Chile sprechen, dann müssen wir über Indonesien sprechen, wo solche Entwicklungen auch vorher schon stattgefunden haben, unter diktatorischen Verhältnissen, mit in Indonesien vielen hunderttausend Toten. Lateinamerika mit ganz vielen Toten und Verschleppten und so weiter. Jetzt beschreibst du als ein Problem, da haben wir gerade kurz drüber gesprochen, dass zu wenig Geld in den Sozialstaat gesteckt wird, beispielsweise in angemessene Gehälter. Und ein weiteres Problem ist aber auch eben diese steigende oder diese zunehmenden Privatisierungen. Was ist oder war denn die Idee dahinter, privaten Anbietern so viele Aufgaben, die eigentlich der Sozialstaat staatlich irgendwie übernommen hat, zu übergeben? Ja, das war so eine Denkweise, dass private Akteure oder auch staatliche Akteure, die unter Marktbedingungen agieren, irgendwo effizienter seien und letztlich auch Kosten einsparen können. Das war, glaube ich, das wichtigste politische Argument. Das Interesse der Privatwirtschaft dahinter ist natürlich, dass sie da Profite mitmachen können. Also Beispiel Wohnungswirtschaft, wo wir inzwischen eben diese großen Wohnungskonzerne haben mit den ganzen Debatten rund um steigende Mieten und unterlassene Instandhaltungsinvestitionen und so weiter. Aber das haben wir natürlich auch im Gesundheitswesen, wo Krankenhäuser privatisiert wurden, wo wir mittlerweile mehr private Krankenhäuser haben als öffentliche. Das haben wir im Altenpflegebereich, wo im Bereich der ambulanten Versorgung von Anfang an radikal auf private Akteure gesetzt wurde. Bei der stationären Versorgung nicht ganz so radikal, aber auch da setzen sich mehr und mehr jetzt die Privaten durch und bilden Ketten von Pflegeheimen. Also für die Privaten geht es darum, Geld zu verdienen und politisch war das Argument, Geld einzusparen, effizienter wirtschaften zu können. Was unterm Strich, ich habe das gerade ja schon angedeutet, mit dazu geführt hat, dass letztlich auch die Bezahlung für viele Berufsgruppen sich auch verschlechtert hat. Und kann man damit auch generell sagen, dass sich die Leistungen verschlechtert haben? Ich würde das in der Tat meinen. Da gibt es ja auch Studien, beispielsweise aus Bremen, wo in der Bürgerschaft die Fraktionen von SPD, Grünen und Linken gefragt haben, nach einer Statistik über Meldungen an die Behörden über Fehlentwicklungen in Altenheimen und im Vergleich private Altenheime, frei gemeinnützige Altenheime. In Bremen gibt es keine öffentlichen. Und woraus gekommen ist, dass obwohl es viel weniger private Altenheime als frei gemeinnützige gibt, im Land Bremen ist deutlich mehr Gefährdungsmeldungen, Problemmeldungen aus den privaten Altenheimen gibt. Genau, da gibt es in der Tat auch ganz gute statistische Erhebungen dazu. Das wäre jetzt ein Beispiel. Wir kennen die Debatte ja aber auch aus dem Wohnungsbereich, wo wir in erster Linie über die großen privaten Wohnungskonzerne sprechen und deren Verhalten. Beispielsweise aus dem BBSR, einem Forschungsinstitut der Bundesregierung, gibt es auch Studien, die zeigen, dass das Verhalten privater Wohnungsunternehmen gegenüber den Mieterinnen und Mietern aufgrund letztlich ihres Profitinteresses doch abweicht von dem Verhalten öffentlicher Wohnungsunternehmen. Ich habe in meinem Buch ja einen ehemaligen Wohnungsmanager interviewt, der bei einem kommunalen Wohnungsunternehmen im Vorstand war, also technischer Vorstand. Er ist Architekt und der weist auf einen Punkt hin, über den man relativ selten was liest, aber da hat er meines Erachtens schon auch recht. Private Vermieter sind mit bestimmten, nennen wir sie mal problematischen Mieterinnen und Mietern oft überfordert. Aber auch Menschen, die sich vielleicht im Mietverhältnis problematisch verhalten, haben ein Recht darauf zu wohnen. Und wenn ich dann einfach sage, ich überlasse das völlig den Privaten, dann haben auch solche Menschen unterm Strich das Nachsehen. Findet die Privatisierung weiterhin statt oder gibt es ein Umdenken? Das würde ich meinen, hängt von den politischen Feldern ab. Also heute würde wahrscheinlich niemand mehr ernsthaft Privatisierung von Wohnungsbeständen fordern. Es gibt ja bei den Kommunen doch noch öffentliche Wohnungsbestände auch, trotz der Privatisierung, die wir hatten. Das würde, glaube ich, niemand mehr fordern. Im Gegenteil, im Wohnungsbereich scheint mir da so ein kleiner Umschwung in Gang gekommen zu sein. Niedersachsen hat eine Landeswohnungsgesellschaft wieder gegründet. Man setzt auch auf kommunaler Ebene stärker wieder auf die eigenen Wohnungsunternehmen, als das vielleicht noch vor ein paar Jahren der Fall war. Im Krankenhauswesen, im Pflegebereich sieht das schon gänzlich anders aus. Da haben wir nach wie vor die Entwicklung, dass große Krankenhauskonzerne, große Pflegekonzerne sich ausbreiten, Heime, Krankenhäuser aufkaufen, zu Ketten zusammenführen. Das übrigens auch zunehmend im ambulanten Bereich, wo wir ja lange viele kleine Unternehmen hatten, die dann mit zehn oder 15 Autos durch die Stadt gefahren sind. Da gibt es inzwischen auch immer größere Unternehmen und Ketten. Und mittlerweile tatsächlich auch bei Arztpraxen, wo ja letztlich Private Equity Fonds, ganze Arztpraxen kaufen und zusammenfügen und Konzerne daraus machen. Das erkennt man gar nicht, wenn man da Patientin oder Patient ist, muss man das gar nicht unbedingt erkennen. Da steht nach wie vor der Name eines Arztes oder einer Ärztin. Man erkennt es dann, wenn man beispielsweise, was weiß ich, irgendwelche Datenschutzerklärungen unterschreiben muss oder so. Da kann es dann sein, dass halt irgendwo noch der tatsächliche Firmennamen draufsteht, weil sowas dann aus der Zentrale kommt. Genau, und das ist so eine Entwicklung, die mir in der Tat auch Sorge macht. Also im Bereich der Praxen schreitet das, auch Labore übrigens, schreitet das nach wie vor voran. Kannst du da einen Unterschied oder dir den Unterschied erklären, warum das im Wohnen als problematisch anerkannt oder erkannt wird, dass es zu viele Privatisierungen gab und jetzt beispielsweise im Ärzte-Ärztinnen-Bereich nicht? Vielleicht, weil beim Wohnen die Menschen das unmittelbar und jeden Tag erleben. Bei Ärztinnen und Ärzten. Ich meine, wir gehen alle zu Ärztinnen und Ärzten, aber wir tun das nicht jeden Tag und die wenigsten sind so krank oder pflegebedürftig. Die Pflegebedürftigen gibt es natürlich einige, aber die sind vielleicht dann auch nicht so laut wie andere. Das sind nicht so laut, ihre Interessen durchzusetzen. Also das erlebt man vielleicht nicht mit der gleichen Intensität und quasi täglich, wie das im Wohnen der Fall ist. Obwohl wir natürlich auch im Gesundheitsbereich und im Pflegebereich eine kritische Debatte in der Öffentlichkeit dazu haben. Ich würde aber meinen, die hat nicht die Intensität, wie das beim Wohnen der Fall ist. Also hier in Berlin gehen ja zehntausende Menschen in regelmäßigen Abständen auf die Straße und über 50 Prozent der, die abgestimmt haben bei der sogenannten Enteignungsinitiative, haben ja dafür gestimmt. Also da ist, glaube ich, der Diskurs einfach nochmal ein ganz anderer. Vielleicht, wie gesagt, weil die Betroffenheit möglicherweise unmittelbarer ist. Ich will nicht sagen größer, aber vielleicht unmittelbarer. Jetzt ist natürlich die Frage, wer sind eigentlich die Gegner des Sozialstaates oder anders gesprochen verbunden mit dem aktuellen Thema, wen meint Scholz, wenn er sagt, er will den Sozialstaat verteidigen, vor wem? Also vielleicht muss man vorweg sagen, dass mögliche Gegnerinnen und Gegner des Sozialstaates sich nicht als solche bezeichnen würden. Also mir wäre jedenfalls keiner bekannt, von dem ich das erwarten würde, außer vielleicht irgendwelche ganz spinnerten, neoliberalen Philosophen oder so. Aber diejenigen, die in Verbänden oder in Parteien Politik machen, können sich, glaube ich, nicht hinstellen und sagen, ich bin ein Gegner oder eine Gegnerin des Sozialstaates. Das würde Sympathien und Macht und Stimmen kosten. Man ist ja stolz auf die soziale Marktwirtschaft in Deutschland. Genau, genau. Die Frage ist aber, was auch bei der sozialen Marktwirtschaft oder beim Sozialstaat generell, was versteht man eigentlich darunter? Und deswegen ist das Argument von denen ja auch nicht, wir wollen den kürzen oder wir wollen den klein machen, sondern wir wollen ihn umbauen, zukunftsfähig machen und Ähnliches. Was aber unterm Strich letztlich darauf hinausläuft, ihn zu kürzen, Leistungen zu schwächen, vielleicht auch die Löhne dort zu kürzen, wo man meint, es gibt noch genug Beschäftigte. Aber wer sind das? Ja, das sind diejenigen, die der Meinung sind, sie zahlen sehr viel und oder haben Nachteile durch den Sozialstaat. Also ich sage mal Arbeitgeber, Unternehmen und deren Verbände in allererster Linie und dann diejenigen, die ihnen als Parteien, als Politikerinnen, als Politiker nahestehen. Wir haben uns mal ein paar Zahlen aus deinem Buch genommen, in denen du schreibst, dass über 90 Prozent sagen, dass der Staat dafür sorgen muss, dass man auch bei Krankheit, Not, Arbeitslosigkeit und im Alter ein gutes Auskommen hat. Andere Umfragen zeigen auch, dass die Mehrheit sagt, dass der deutsche Sozialstaat ausgebaut werden soll und nur 23 Prozent halten die soziale Sicherung für ausreichend. Warum ist es dann trotzdem noch möglich und teilweise eben auch erfolgreich, den Sozialstaat eben an bestimmten Stellen zu kürzen oder zu bekämpfen, obwohl eine große Mehrheit eigentlich dafür ist, den Sozialstaat weiter auszubauen? Ich glaube, das hängt mit dem Phänomen zusammen, was ich gerade schon vor ein paar Minuten angesprochen habe, dass wir im Sozialstaatsdiskurs dieses suggestive Argument haben, viele müssen nur bezahlen. Weil es gibt ja auch die anderen Umfragen. Sobald in der Umfrage irgendwie sowas gefragt wird, wie wären sie bereit, da Verzicht zu üben oder mehr Steuern zu bezahlen oder einen teuren Sozialstaat mitzufinanzieren und Ähnliches, dann hast du schon wieder ganz andere Werte als die, die du jetzt vorgelesen hast. Also die, die von dir genannten, das sind die Abstrakten, wenn nur gefragt wird, findest du den Sozialstaat gut? Ja, das sagen alle ja. Aber willst du bezahlen oder profitierst du davon oder Ähnliches? Da sieht es dann schon anders aus. Und deswegen glaube ich, sobald sozusagen an die Geldbeutel der Leute appelliert wird nach dem Motto, Mensch, der Sozialstaat, der wird teuer und du wirst da drauf zahlen müssen und du gehörst zu den Verlierern, dann kommen eben ganz andere Haltungen leider zum Vorschein. Das scheint mir sich so ein bisschen durch die Umfragen zu ziehen, die da ein Stück weit widersprüchlich sind. Super, Patrick, danke dir. Das war doch ein schöner Einstieg ins ganze Thema. Wie bei uns üblich, gibt es zwischendurch eine Runde kurze und wie immer läuft es nach dem Motto ab, schnell getrunken, schnell geantwortet. Du kriegst Fragen von uns und hast einen Joker, darfst also einen kurzen sozusagen überspringen. Wenn du möchtest, du musst natürlich nicht. Okay, bist du bereit, Patrick? Perfekt. Was ist deine Lieblingswirtschaft, Kneipe oder Café? Oh, ich habe keine spezielle, aber ich wandere sehr gerne und ich liebe es, auf dem Berg oben in so einer Alm zu sitzen und was Gutes, Lokales zu essen, zu trinken. Ja, ich könnte dir das ein paar nennen, aber das kennt keiner, aber so in allem. Sehr schöne Antwort. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Klingt sehr gemütlich. Über welches Thema würdest du gerne nochmal ein Buch schreiben? Über die Frage, warum die AfD oder generell die Rechten in den letzten Jahren so einen Auftrieb haben. Ich habe die starke Vermutung, das hängt mit dem zusammen, was wir vorhin als Neoliberalismus diskutiert haben. Glaube aber, dass alle Antworten, die es dazu gibt, die man so liest, deutlich unterkomplex sind. Will aber nicht behaupten, dass ich die Komplexität durchstiegen hätte, sonst hätte ich das Buch nämlich schon geschrieben. Aber das wäre so ein Wunsch von mir, mich damit mal intensiv auseinandersetzen zu können und was dazu zu machen. Würde ich auch gerne lesen. Wenn du für uns mal einen positiven Blick in die Glaskugel werfen würdest, wo siehst du die Gewerkschaften in Deutschland in 20 Jahren? Also ich glaube schon, dass wir in den letzten Jahren einen gewissen Aufschwung hatten, dass Gewerkschaften wieder stärker anerkannt sind oder generell anerkannt sind als wichtige Akteure im Sozialstaat, in der Politik. Wir haben ja auch durchaus eine positivere Entwicklung in der Mitgliedschaft in vielen Gewerkschaften. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir in den nächsten Jahren verschärfte Debatten über Finanzierung des öffentlichen Sektors haben werden, der öffentlichen Aufgaben, über Entlohnung im öffentlichen Bereich, im Sozialstaat, Finanzierung des Sozialstaats generell, dann glaube ich, dass Gewerkschaften da schon auch ihr Profil als Akteure, die für eine soziale Gesellschaft kämpfen, auch stärken werden. Und was müssen die Gewerkschaften jetzt tun, um da hinzukommen? Den Menschen deutlich machen, dass es wichtig ist, dass alle abhängig Beschäftigten Mitglied einer Gewerkschaft sind, weil nur gemeinsam sind sie durchsetzungsstark und nur gemeinsam können sie was erreichen, sowohl tarifpolitisch als auch generell politisch. Was ist dir wichtig, damit du dich in einer Wirtschaft wohlfühlst? Es darf nicht zu laut sein. Ja, es darf nicht zu laut sein, das ist eigentlich, ich stehe schon, muss ich zugeben, ich stehe so ein bisschen auf diese traditionellen Geschichten, die manchmal so ein bisschen kitschig sind, wie irgendwelche bäuerlichen Utensilien an der Wand und so. Holzverteflungen. Genau, ich bin da so ein bisschen Traditionalist. Heute bist du ja der einzige Gast bei uns in der Wirtschaft, da ist ruhig, das ist gut. Wer ist für dich die bedeutendste Ökonomin oder auch Politikwissenschaftlerin? Also sehr gerne gelesen habe ich Wendy Brown mit ihren Analysen des Neoliberalismus und des Aufstiegs der Rechten. Welches Buch, das du uns empfehlen kannst, hast du zuletzt gelesen? Eine Biografie einer italienischen Journalistin über Enrico Bellinger, den langjährigen Chef der italienischen kommunistischen Partei, der Anfang der 80er Jahren gestorben ist und nachdem dann die Partei sozusagen den Bach runterging, aber das fand ich unheimlich spannend zu lesen, weil sie zum einen die ideologischen Debatten ganz gut darstellt, innerhalb der Partei, aber auch den Konflikt mit dem Sowjetkommunismus. Ja, das fand ich ein tolles Buch. Welche sozialpolitische Maßnahme könnte sich Deutschland von einem anderen Land abschauen? Die öffentliche Daseinsvorsorge wieder sehr viel stärker in öffentliche Hände zu legen, so wie das in den skandinavischen Ländern der Fall ist, im Pflegebereich, Krankenhäuser. Klimakatastrophe, optimistisch oder pessimistisch? Das fragt ihr jedes Mal. Ja. Ja, optimistisch. Okay, warum? Weil ich glaube, dass die Konzepte, wie es funktionieren kann, auf dem Tisch liegen. Zugegebenermaßen müssen die durchgesetzt werden gegen bestimmte Interessengruppen, aber ich glaube, es ist machbar und ich finde, dass bei aller Kritik im Detail die Anfänge ganz gut gemacht sind, auch wenn mehr gemacht werden muss, aber ja, ich glaube, man kann optimistisch sein. Ich finde es auch strategisch unklug, da allzu pessimistisch aufzutreten, nach dem Motto, wir reißen die Klimaziele doch sowieso und so weiter, weil so bringt man die Leute nicht dazu, mitzumachen, so zum ganzen Umstieg. Wenn ich den Leuten immer nur erzähle, alles ist scheiße, da gewinnt man keine Leute damit. Deswegen betone ich auch, dass trotz des Untertitels wie Politik und Wirtschaft uns den Sozialstaat kündigen, dieses Buch sehr wohl auch deutlich macht, wo der Sozialstaat eben leistungsfähig ist und was er toll macht, auch wegen der Leute, die eine tolle Arbeit machen und Gleiches gilt beim Klimawandel. Super, vielen Dank, dass du dich auf unsere Kurzen eingelassen hast und dann würden wir direkt weitergehen und jetzt natürlich auch noch genauer auf die Folgen des Sozialabbaus schauen wollen und das eben dadurch machen, dass wir auf die Beobachtungen und konkreten Geschichten aus deinem Buch eingehen. Du hast Interviews mit Menschen geführt, die in verschiedenen Bereichen des Sozialstaats arbeiten. Du hast sie gerade auch schon genannt. Du hast mit Menschen im Jugendamt, in der Kita, in der Suchthilfe, im Krankenhaus, in der Altenpflege, im Jobcenter und im Wohnbereich gesprochen. Wir können jetzt natürlich nicht auf alle diese Beispiele eingehen. Da lohnt sich dann ein Klick in das Buch von dir. Aber vielleicht die Frage, welche Begegnung oder Geschichte hat dich besonders beeindruckt oder nochmal anders gefragt, gibt es eine Geschichte, die besonders gut veranschaulicht, wie Kürzungen im Sozialstaat sich auf Menschen auswirken können? Ich glaube, am meisten in der Hinsicht beeindruckt, also negativ beeindruckt sozusagen, hat mich das Interview mit der Frau, die sogenannte Straßentrinker betreut. Also Menschen, die manchmal obdachlos in der Regel aber sehr wohl eine Wohnung haben, die aber suchtkrank sind, alkoholkrank sind und sich dann auf der Straße auf Plätzen treffen, um zu trinken und zu reden. Die ja von der Lokalpolitik nicht gerne gesehen sind in der Regel, die als Problem wahrgenommen werden. Und mich hat beeindruckt, wie, auf der einen Seite positiv beeindruckt, wie motiviert diese Frau diese Arbeit macht und sagt, sie will für diese Menschen da sein und sie spürt, spürt Dankbarkeit, sie spürt, dass, sie sieht auch Erfolge in dieser Arbeit mit den Menschen, Erfolge verschiedenster Stufe von hat es geschafft, zum Arzt zu gehen bis hat es geschafft, aus der Sucht auszusteigen. Auf der anderen Seite aber negativ beeindruckt, wie wenig unserer Gesellschaft offenbar diese Arbeit wert ist. Wenn sie schildert, mit was für einer Büroausstattung sie arbeiten muss und manchmal nicht arbeiten kann, weil der Computer wieder nicht läuft, weil er kein Geld für eine vernünftige IT da ist. Wenn sie erzählt, wie sie selbst erst ganz, ganz lange nur Projektstellen hatte, weil immer nur die Finanzierung für ein Jahr oder für drei Jahre da war und eben keine Dauerhaftigkeit der Stellen durch die Kommune in dem Fall gewährleistet wurde, wenn sie berichtet, dass inzwischen zwar ein Teil der Stellen, das sind, ich glaube anderthalb, wenn ich mich entsinne, bei ihr im Büro, ein Teil der Stellen unbefristet ist, aber ein Teil immer noch befristet und sie regelmäßig wieder Lobbyarbeit machen muss im Lokalparlament, damit das Geld wieder genehmigt wird, das ist schon bitter. Da hatten wir es jetzt nicht, du hast ja noch eine Kürzung gefragt, das ist keine klassische Kürzung, sondern es ist was, wo das Geld immer schon nicht da war, weil es eine Quintel ist, für die man offenbar ungern Geld ausgibt und sie sagt auch etwas sarkastisch, wenn man da Geld ausgibt, dann deswegen, weil diese sogenannten Straßentrinker als Problem wahrgenommen werden, so nach dem Motto, wie hat sie gesagt, wenn Platzverweise nicht mehr weiterhelfen, dann muss soziale Arbeit ran oder so ähnlich. Es geht nur darum, die aus dem Stadtbild zu bekommen und nicht den Menschen zu helfen. Genau, genau und ja, genau, das hat mich eben sowohl positiv, was sozusagen diese Arbeitsmotivation dieser Frau angeht, als auch negativ, was ihre Arbeitsbedingungen und Finanzbedingungen angeht, am meisten beeindruckt. Patrick, als nächstes wollen wir, so haben wir ein Kapitel sozusagen aus deinem Buch ausgewählt und wollen da jetzt noch ein bisschen genauer drüber sprechen und zwar über das Thema Wohnen. In deinem Buch beschreibst du da die Anfänge und die Aufgaben, die der Staat beim Thema Wohnen übernommen hat und wir wollen gern von dir wissen, wie kam es dazu, dass sich der Staat darum kümmerte und wie genau unterstützte der Staat das Wohnen von Anfang vielleicht bis heute? Also wir fangen mal mit der Industrialisierung an, weil in der frühen Neuzeit vorher beziehungsweise im Mittelalter ist glaube ich ein anderes Thema und auch ein anderes, ja da bin ich auch nicht so der Experte dafür, auch eine andere Gesellschaftsstruktur glaube ich, aber während der Industrialisierung kam es eben dazu, dass sich die Städte, wie wir sie heute kennen, herausbildeten, also Menschen aus ländlichen Regionen strömen in die Stadt, in die Fabriken und es gab unfassbar viel Elend, schlechte Bezahlung, aber eben auch schlechte Wohnverhältnisse. Wir sind ja hier in Berlin, also Mitte des 19. Jahrhunderts war Berlin ungefähr so groß wie Wuppertal heute, kann man sich dann vorstellen, wie das in der kürzester Zeit gewachsen ist und entsprechend schlecht waren eben die Wohnverhältnisse und es waren dann zunächst Bürgerliche und Adlige in Deutschland, in anderen Ländern vermutlich ähnlich, die sich des Themas angenommen hatten, allerdings aus einer ähnlichen Motivation, wie ich das gerade bei der Suchthilfe beschrieben habe, nämlich nicht, weil man irgendwie der Meinung war, es geht jetzt darum, die Menschen mit menschenwürdigen Wohnverhältnissen zu versorgen oder so, sondern man wollte Ruhe und Ordnung und diese Wohnverhältnisse haben eben keine Ruhe und Ordnung zugelassen. Entsprechend hat man begonnen, darüber nachzudenken, wie man die Wohnverhältnisse verbessern kann. Übrigens auch aus hygienischen Gründen, weil natürlich man dann im 19. Jahrhundert vor allem in der zweiten Hälfte irgendwann auch verstanden hat, dass unhygienische Wohnverhältnisse in bestimmten Vierteln auch eine Bedrohung für die in Anführungsstrichen besseren Vierteln anderswo sind. Und dann hat man angefangen, gemeinnützige Unternehmen, gemeinnützige Stiftungen zu gründen. Die Industriellen haben dann auch beginnend vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begonnen, Wohnraum anzubieten, der bezahlbar sein sollte, der ein besserer Wohnraum sein sollte, der durch die durch die Zuschnitte der Wohnungen und die Art und Weise, wie sie gebaut waren, auch ein Stück weit die Moral befördern sollte, weil man es natürlich auch nicht so moralisch toll fand, wenn dann junge Leute, junge Frauen mit irgendwelchen wildfremden Männern auf engstem Raum wohnten und ähnliches. Also es kam dann eben auch noch dazu, so moralische Komponente. Man hatte sozusagen den Arbeitern ohnehin gerne auch unmoralisches Verhalten bis hin zu sexuell, wie sagt man, ausuferndem Verhalten und ähnliches unterstellt, so dass man das eben auch mit im Blick hatte und so entstanden die ersten gemeinnützigen Wohnungsunternehmen und es entstanden dann auch auf kommunaler und Landesebene, vor allem Landesebene, das was heute bei uns Bundesländer sind, Fördermaßnahmen für diesen Wohnraum, Fördermaßnahmen, die übrigens auch die Industriellen gerne abgegriffen haben. Es wird ja heute gern so getan, als seien die Krupps und Siemens sind, wie sie alle heißen, die da die Werkswohnungen begonnen haben zu bauen, als seien das irgendwie Wohltäter. Ob sie das sind oder nicht, kann man drüber streiten, aber was sicher ist, ist, dass die das nicht alle selber finanziert haben, sondern da gern auch öffentliche Mittel dafür genommen haben. Und so kam es, dass in Preußen vorrangig sich bis zum Ende des Ersten Weltkriegs eine Vorform der sogenannten Wohnungsgemeinnützigkeit herausgebildet hat, also eine Art des Bewirtschaftens von Wohnraum, die auf Bezahlbarkeit, auf niedrige Mieten setzt und im Gegenzug eben nicht den Profit in den Vordergrund stellt und dafür aber öffentliche Mittel, öffentliche Förderung bekommt. Es waren aber trotzdem dann private Anbieter oder Unternehmen, die diese Wohnungen gebaut und verwaltet haben? Genau, das waren private, das konnten auch öffentliche sein, aber eben auch viele private, gerade auch die Industriellen zum Beispiel. und am Ende des Ersten Weltkriegs hat man die Förderung des klassischen oder die klassische Förderung von Werkswohnungsbau eingestellt, übrigens auch mit Unterstützung der Gewerkschaften, die das nicht so toll fanden, wenn die Beschäftigten nicht nur über einen Arbeitsvertrag, sondern auch über einen Mietvertrag an ihren Arbeitgeber gebunden waren. Man hat aber dann diese Wohnungsgemeinnützigkeit sozusagen nochmal ausgebaut und noch besser in Gesetzesform gegossen und das hat man in der Tat in einer Art gemacht, dass auch die Industriellen wiederum diese Mittel abgreifen konnten. Sie haben dann nicht mehr eine eigene Förderung, einen eigenen Fördertopf sozusagen gehabt, sondern haben sich dann dieser Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus bedient und auch die Kommunen haben in den 20er Jahren angefangen, in größerem Umfang eigene Wohnungen zu bauen. Vorher war das eher noch ein Randphänomen und dann begann es aber einfach aufgrund der Wohnungsnot nach dem Ersten Weltkrieg hat man dann begonnen, eigenen Wohnraum zu schaffen. Auch das unter diesem Label Gemeinnützigkeit, auch die Gewerkschaften haben angefangen und Kirchen und so weiter. Es gab dann ganz verschiedene Akteure, die das gemacht haben. Diese Wohnungsgemeinnützigkeit wurde nach dem Zweiten Weltkrieg dann nochmal ergänzt um sozialen Wohnungsbau. Der Unterschied ist, sozialer Wohnungsbau ist befristet. Ich kriege Förderung als Unternehmen, muss dafür preisgünstige Mieten anbieten. Nach Auslaufen der Förderung kann ich aber frei vermieten. Es sei denn, ich bin ein gemeinnütziges Wohnungsunternehmen, dann gelten wiederum die Regeln der Gemeinnützigkeit, die nicht so streng sind wie beim sozialen Wohnungsbau, aber trotzdem eben ein freies Vermieten oder gar Verkaufen der Wohnung untersagt haben. Diese Gemeinnützigkeit gibt es in Österreich heute noch. In Deutschland hat man sie 1990 abgeschafft. Und warum hat man sie abgeschafft? Das war so diese Debatte im Zuge des aufkommenden Neoliberalismus. Über die 80er Jahre hat man ja vorher schon gesprochen. Das gehört letztlich damit rein, dass man eben geglaubt hat, Deutschland ist fertig gebaut, wir brauchen jetzt nicht mehr diesen preisgünstigen Neubau von Wohnraum und das preisgünstige Vermieten, weil es gibt jetzt genug Wohnungen, jetzt können wir es dem Markt überlassen durch das ausreichende Angebot an Wohnraum wird der Preis schon in Ordnung sein, was wie wir heute wissen ein drastisches Fehlurteil war. Aber auch generell war es zunehmend so eine Denke von wegen diese Gemeinnützigkeit, diese Regulierung, die mit einhergeht, das ist nicht mehr zeitgemäß, wir müssen stärker auf den Markt setzen, liberalisieren, das war diese Debatte. Und ein ganz wichtiger Akteur war die Industrie, die plötzlich keine Lust mehr hatte, diese ganzen Wertswohnungsbestände, die sie aus historischen Gründen noch hatten, die weiter zu betreiben. Und die wollten sie verkaufen. Und das Problem aus ihrer Sicht, das Problem am gemeinnützigen Wohnraum war, den konnten sie nicht einfach so verkaufen, sondern sie konnten ihn verkaufen, aber nur an andere gemeinnützige Unternehmen. Also die haben VW und Co., die hatten ein Tochterunternehmen, die eben gemeinnützig war, oder sie haben mit einem klassischen kommunalen Wohnungsunternehmen kooperiert. Es gibt auch heute noch kommunale Wohnungsunternehmen, bei denen dann ein, zwei größere Fabriken im Ortenanteil mit haben. Also gab es so Kooperationsmodelle auch. Aber sie konnten halt nur an andere gemeinnützige Wohnungsunternehmen verkaufen. Und da kommt weder viel Geld rum, noch gibt es so wahnsinnig viel Interesse, bei denen das zu tun, also zu kaufen. Und deswegen war die Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit eben für die Werkswohnungsbestände auch sozusagen der Startschuss dafür auf den freien Markt geworfen werden zu können. Jetzt hat tatsächlich die aktuelle Regierung, aber die Wohngemeinnützigkeit, die du, wie du gerade beschrieben hast, in den 90er Jahren abgeschafft wurde, jetzt wieder eingeführt. Heißt das, ab jetzt wird wieder alles gut? Nee, weil es keine Wohnungsgemeinnützigkeit ist, was die eingeführt haben. Jedenfalls nicht, wenn wir unter Wohnungsgemeinnützigkeit das verstehen, was wir mal hatten und was im Fachdiskurs der letzten Jahre darunter verstanden wurde. Was die gemacht haben, ist folgendes, es gibt ja in der Abgabenordnung ein Paragrafen, da wird geregelt, was gemeinnützig ist und wer gemeinnützig ist, bekommt bestimmte Steuervorteile. Wir haben beispielsweise Tierschutz, wenn du irgendwie einen Verein hast oder eine Stiftung oder wie auch immer, die ihren Tierschutz betreibt, dann kannst du von der Steuer befreit werden, bist du gemeinnützig und dann kannst du zum Beispiel auch Spenden annehmen und diejenigen, die dir spenden, können das von der Steuer absetzen. Das ist ja dieser Vorteil, dieses Gemeinnützigkeitsparagrafen, den ich völlig richtig finde und gut. Das Problem ist nur, was die jetzt gemacht haben, ist, die haben einfach neben Tierschutz, Denkmalschutz und Co. einfach noch das Wohnen mit eingefügt. Das hat aber zur Konsequenz, dass die Wohnungsunternehmen oder Stiftungen oder Vereine und so weiter, Genossenschaften, die sich in diesen, in diese Wohnungsgemeinnützigkeit begeben, keine Gewinne ausschütten dürfen. In der alten Gemeinnützigkeit, in der klassischen Wohngemeinnützigkeit war es so, dass man die ausschütten durfte, aber begrenzt. Vier Prozent waren es, glaube ich. Und alles, was man darüber an Reddite erwirtschaftet hatte, musste wieder in den Neubau von Wohnraum, ins Schaffen von Wohnraum investiert werden. Hier ist es so, die dürfen jetzt überhaupt keine Gewinne mehr machen. Und damit fallen die allermeisten potenziellen gemeinnützigen Wohnungsunternehmen raus, nämlich die kommunalen, aber auch die kirchlichen mit wenigen Ausnahmen und andere. Das ist ein, ist eine sinnvolle Sache, was die Ampel gemacht hat für, ich sag mal, einen Wohlfahrtsverband, der Wohnungen hat, um Obdachlose wieder ins Wohnen sozusagen, mit dem Wohnen wieder vertraut zu machen oder so. Ich sag mal so klassische Sozialprojekte. Dafür ist es völlig in Ordnung. Aber das ist ein ganz, ganz kleiner Bereich, wenn wir über wirklich an, über die Vermietung von Wohnraum an breite Schichten der Bevölkerung reden, ist es völlig illusorisch zu meinen, das kann über Unternehmen funktionieren, die null Rendite ausschütten. Das macht keine Kommune mit, das macht kein kommunales Wohnungsunternehmen mit. Die Bundesregierung spricht davon, dass 60 Prozent aller Menschen in Deutschland potenziell Zugang zu so so einer Wohnung haben, weil sie die Einkommensgrenzen entsprechend großzügig gestaltet hat. Das ist auch so. Sie verschweigt aber, dass ungefähr nur 0,4 Prozent aller Mietwohnungen in Deutschland nach diesem neuen Gemeinnützigkeitsrecht bewirtschaftet wird. Das heißt, 60 Prozent aller Haushalte können sich jetzt um 0,4 Prozent aller Mietwohnungen kloppen. Das ist völlig offensichtlich, dass das Humbug ist. Ich nehme Frau Geiwitz und ich nehme den Grünen durchaus ab, dass die gerne mehr rausgeholt hätten. Das Hauptproblem hier war die FDP, die das nicht mitgemacht hat. Und auch übrigens, die Wohnungswirtschaft hat sich dagegen gewehrt. Auch die potenziellen, sprich die kommunalen Wohnungsunternehmen finden das überwiegend nicht toll. Die haben sich inzwischen daran gewöhnt, sozusagen frei am Markt agieren zu können. Die wollen nicht mehr dieses alte, rigide Regiment, was es früher mal gab. Deswegen werden die ganz froh sein, dass das jetzt so geregelt ist und sie nichts mehr damit zu tun haben. Aber was mich schon ärgert ist, dann hinzustehen als Ministerium, als Bundesregierung hinzustehen und so zu tun, als sei irgendwie der große Wurf gelungen und es hätte man jetzt die alte Gemeinnützigkeit wieder. Das ist einfach nicht wahr. Ich hätte noch zwei Nachfragen zu der Gemeinnützigkeit, wie sie jetzt beschlossen wurde. Heißt es, dass wenn Unternehmen jetzt diese Gemeinnützigkeit beantragen, sie sich dann an bestimmte Kriterien halten müssen, wie beispielsweise eine besonders niedrige Miete oder was sind die Kriterien, die dann erfüllt werden müssen? Die Miete muss unter der Marktmiete liegen, wobei Marktmiete vermutlich gemeint ist, die ortsübliche Vergleichsmiete. Das ist nicht so ganz klar, aber das wird schon sein. Was, wo man auch fragen könnte, ist das so sinnvoll, weil die ortsübliche Vergleichsmiete mancher orts ja schon relativ hoch ist und man sich durchaus auch vielleicht ein bisschen stärkeren Abstand davon noch wünschen würde dafür, dass das ja geförderte Unternehmen sind. Wenn sie gemeinnützig sind, durch die Steuervorteile und die potenziellen Spenden. Und gehst du jetzt davon aus, dass einfach niemand, also keiner beispielsweise der kommunalen Unternehmen und sonstigen, die da eigentlich in Frage kommen würden oder das Ziel der Ampelregierung gewesen wären, diese Gemeinnützigkeit beantragen? Genau davon gehe ich aus. Also die, die heute schon gemeinnützig wirtschaften, wie gesagt, es sind ungefähr 100 Unternehmen mit 0,4 Prozent aller Mietwohnungen in Deutschland, ganz grob geschätzt. Für die ist das sicherlich eine Erleichterung, aber das ist jetzt eben nicht der große Wurf, der wohnungspolitisch uns voranbringt. Die Bundesregierung hofft übrigens auch, dass für Arbeitgeber, für Unternehmen das Modell interessant ist, um wieder Wohnungen, Werkswohnungen anzubieten. Auch das halte ich für absurd. Welches Unternehmen geht frei, gründet ein Tochterunternehmen und sagt von vornherein, ich stecke da jetzt eine Menge Eigenkapital rein, aber ich will 0,0 Rendite dafür, das halte ich für völlig unrealistisch. Was es übrigens auch nicht gibt, anders als im Koalitionsvertrag steht, ist eine Förderung von Neubau oder Investitionen generell. Es war eine Investitionszulage in der Koalitionsvereinbarung zugesagt, die werden nicht kommen. Nach Stand heute jedenfalls. Und man kann heute auch als Unternehmen das Steuerbegünstiges nicht mehr so bauen, dass man wirklich von bezahlbarem Wohnraum hinterher sprechen kann, wenn dieser Neubau nicht bezuschusst wird. Okay Patrick, dann natürlich jetzt die große Frage, wie bekommen wir hier das Ruder wieder rumgerissen? Also wie stoppt man den weiteren Abbau des Sozialstaats und sorgt dafür, dass dieser wieder mehr Aufgaben wahrnehmen kann? Und was lernen wir sozusagen über diese Frage aus deinem Buch? Also ich glaube, man lernt einiges darüber, was falsch gelaufen ist und kann dann umgekehrt schlussfolgern, was besser laufen muss. Sprich, es muss irgendwie gelingen, die öffentlichen Haushalte, die sozialen Dienstleistungen, die öffentlichen Dienstleistungen finanziell wieder besser zu unterlegen. Das werden wir nicht hinkriegen mit einer Schuldenbremse und mit der Weigerung, um die Steuern zu erhöhen, Steuern auf hohe Einkommen, Gewinne und so weiter. Also die Geldfrage ist das eine. Das andere ist, es muss irgendwie gelingen, diese Privatisierungstendenzen zurückzudrängen und umzukehren. Das Fatale daran ist ja, dass sehr schnell privatisiert ist, aber das wieder umzukehren unfassbar schwer ist. Das haben die Marktfreunde und Freundinnen, so möchte ich sie mal nennen, ganz ganz pfiffig gemacht, indem sie Strukturen verändert haben. Wenn ich in dem Moment nämlich Wohnraum, Wohnungsunternehmen privatisiere, verändere ich die Struktur so, dass ich sie, es ist zwar nicht vollständig unumkehrbar, aber doch sehr viel schwerer wieder umkehrbar. Wir sehen das jetzt an der Enteignungsinitiative in Berlin, wo über 50 Prozent der Teilnehmenden sagen, wir wollen, dass das wieder öffentlich wird, dass dieser Wohnraum wieder öffentlich wird, aber so richtig voran geht es nicht und mit der Mehrheit, die wir momentan hier in Berlin haben, mit dem Senat wird es das hier sich wahrscheinlich auch nicht geben. Also es ist schwer, die Privatisierungstendenzen wieder umzukehren. Trotzdem muss das, glaube ich, der Anspruch sein, private Akteure zurückzudrängen. Ich will damit nicht sagen, dass es nicht auch Bereiche gibt, wo es sinnvoll ist, private Akteure zu haben. Also wir will jetzt auch nicht falsch verstanden werden. Aber im Kernbereich der Versorgung, finde ich, haben private Akteure nichts zu suchen. Und dort, wo sie tätig sind, brauchen sie eine entsprechende strikte Regulierung, damit alle Menschen gleichen Zugang zu gleich guten öffentlichen und sozialen Dienstleistungen haben. Und ein Punkt ist mir auch noch wichtig, den ich immer wieder auch in dem Buch angesprochen habe, nämlich die Frage der Wertschätzung. Ich glaube, dass durch Corona die Wertschätzung sozialer Berufe wie Pflege oder Erzieherinnen und Erzieher durchaus gestiegen ist, aber noch nicht in dem Maße, wie es eigentlich sinnvoll wäre. Noch immer gibt es beispielsweise vielerorts diese Haltung, ja gut, Erzieherin, die muss ja nur ein bisschen auf Kinder aufpassen und das war's und Windel wechseln oder so. Mehr müssen die ja nicht. Nee, das ist ein hochkomplexer Beruf, was ich theoretisch schon lange weiß und praktisch seit ich Vater bin, seit ein paar Jahren jeden Tag erlebe, wie wichtig die Arbeit von Erzieherinnen und Erziehern ist. Und ich glaube, diese gesellschaftliche Wertschätzung ist für sozialer Beruf ist Voraussetzung dafür, dass diese Gesellschaft auch bereit ist, den Sozialstaat mit einer besseren Struktur und mit mehr Ressourcen auszustatten. Und deswegen war es mir wichtig, darauf auch nochmal hinzuweisen auf dieses Thema der Wertschätzung. Dann würden wir mit einer Frage gerne abschließen, den großen Themenblock Sozialstaat und hier auch nochmal den Kreis schließen zu deinem Beruf als Gewerkschafter. Welche Aufgabe siehst du denn hier in dem Feld bei den Gewerkschaften? Ja, Gewerkschaften sind ganz wichtige sozialstaatliche Akteure. Ich habe ja vorher darauf hingewiesen, dass beispielsweise auch die Regulierung von Arbeitsverträgen Teil des Sozialstaats sind. Und auf die Weise kommen sozusagen Gewerkschaften auch als sozialstaatliche Akteure ins Spiel, weil die Regulierung von Arbeitsverhältnissen natürlich ganz entscheidend auch über Tarifverträge funktioniert und Gewerkschaften diejenigen sind, die die abschließen. Aber Gewerkschaften sind eben nicht nur Tarifvertragsparteien, die dann die Interessen der Beschäftigten gegenüber Arbeitgebern durchsetzen, sondern sie sind auch politische Akteure, die für eine gute soziale Absicherung generell kämpfen, weil sie wissen, dass gerade abhängig Beschäftigte, gerade Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf einen guten Sozialstaat, auf einen starken Sozialstaat angewiesen sind. Und ich glaube, dass die Gewerkschaften in der in den letzten Jahren da auch eine gute Rolle gespielt haben und würde vermuten, dass ihre Bedeutung in dem Diskurs in den nächsten Jahren auch noch mal ansteigen wird. Gut, bevor wir die letzte Runde einläuten, habe ich hier noch einen alten Deckel gefunden von der letzten Folge. In der letzten Folge war Andrea Vetter von der Uni Cottbus bei uns zu Gast und wir haben mit ihr über verschiedene Ansätze der Postwachstumsekonomik gesprochen. Und auf ihrem Deckel hat sie noch folgende Frage an dich hinterlassen. Wie kommen wir mit Gewerkschaften von einer imperialen zu einer solidarischen Lebensweise? Na ja, Gewerkschaften sind ja per se Organisationen, die die Solidarität in den Mittelpunkt rücken, weil sie Menschen organisieren, die auf Solidarität angewiesen sind, die aufgrund ihrer schwächeren Situation im Verhältnis zwischen Arbeit und Kapital als Arbeitsseite sozusagen am kürzeren Hebel sitzen. Und deswegen können abhängig Beschäftigte sich nur, wenn sie sich solidarisch zusammenschließen gegenüber den Arbeitgebern durchsetzen. Von daher ist Solidarität schon mal ein Grundwert von Gewerkschaften, würde ich meinen. Was diese Frage der imperialen Lebensweise angeht, das ist natürlich jetzt ein sehr weites Thema. Ich will es mal ein bisschen verkürzt wie folgt beantworten. Dieser Diskurs um imperiale Lebensweise hat ja durchaus auch so eine Komponente von Verzicht oder von Veränderung von Lebensweise, was sicherlich auch seine Berechtigung hat mit Blick auf globale Gerechtigkeit und Klimawandel. Allerdings darf man nicht übersehen, dass das auch Ängste auslösen kann bei vielen Menschen, insbesondere bei denen, bei denen der Geldbeutel eben nicht so dick ist. Und ich glaube, dass die Gewerkschaften eine ganz wichtige Rolle dabei haben, in den jetzt vor uns stehenden Veränderungsprozessen genau darauf immer wieder zu pochen, zu sagen, wir brauchen eine gute soziale Absicherung und wir brauchen gute Arbeitsplätze, die erhalten bleiben beziehungsweise neu geschaffen werden zu guten Arbeitsbedingungen und guter Entlohnung. Wenn wir einfach nur darauf setzen, sozusagen Veränderung komme, was wolle, ohne die Ängste, die Interessen, die Träume von Menschen ernst zu nehmen, ich glaube, dann wird das Ganze nicht funktionieren. Dann werden wir gesellschaftliche Entwicklungen sehen, die wir alle nicht wünschen können. Okay, Patrick, vielen Dank, dass du diese nicht so leicht zu beantworten eine Frage würde ich jetzt denken, so kurz für uns zusammengefasst hast. Und dadurch, dass wir dich jetzt die ganze Zeit mit Fragen gelöchert haben, du jetzt auch noch von unserer letzten Gästin eine Frage bekommen hast, darfst du jetzt natürlich auch eine Frage stellen. Und zwar an unseren nächsten Gast. Und unser nächster Gast ist Andres Musacchio. Er ist Volkswirt und Doktor der Sozialwissenschaften, Professor für Argentinische und Weltwirtschaftsgeschichte an der Universität Buenos Aires in Argentinien. Und er wird bei uns zu Gast sein und mit ihm werden wir über die argentinische Wirtschaftspolitik sprechen. Hast du denn eine Frage an ihn? Ja, in Argentinien ist ja momentan einiges los. Ich verfolge das wie wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer natürlich aus einer gewissen Distanz und durch die Medien, also räumlichen Distanz und durch die Medien. Aber der Eindruck, den mir da vermittelt ist, ist, dass obwohl der Präsident ziemlich radikale Maßnahmen ergreift und auch Sozialkürzungen und so weiter vornimmt, dass einem die Ohren schlackern, die Zustimmung doch noch relativ groß zu sein scheint, trotz der Demonstration, die es natürlich auch gab. Aber man liest eben auch, dass die Zustimmungswerte durchaus nicht schlecht seien. Und mich würde einfach interessieren, warum ist also ist das so? Stimmt da die deutsche Medienberichterstattung? Und wenn ja, warum ist das so? Danke dir. Und dann hast du jetzt auch noch die kleine Bühne, um in unserer Wirtschaft Plakate aufzuhängen oder so einen Flyer auszulegen. Also möchtest du irgendwie so ein Veranstaltungstipp noch loswerden oder ein Buch empfehlen oder unseren Zuhörern irgendwie was anderes empfehlen? Ja, die Gewerkschaft Verdi macht einmal im Monat, außer im Sommer, immer am zweiten Montag im Monat eine abendliche Online-Veranstaltung zu verschiedenen Wirtschafts- und sozial- oder eigentlich im Wesentlichen wirtschaftspolitischen Themen, wo sie Expertinnen, Experten einlädt und zu dem Thema eben Vortrag organisiert und anschließend kann das Publikum online mitdiskutieren. Das ist, finde ich, immer ganz spannend. Und wenn man einfach googelt, Lohnpreis und Profit, so heißt die Reihe, Verdi Lohnpreis und Profit, sollte man das auch finden. Ja, cool. Ja, wir verlinken das dann auf jeden Fall in den Shownotes. Danke dir. Und dann bleibt uns nicht mehr viel übrig, als Danke zu sagen an alle unsere Hörerinnen fürs Einschalten. Ein besonderer Dank gilt den Menschen an unserem Stammtisch. Vielen Dank an Theo, Leo, Laodius und Luca, die uns monatlich unterstützen und so unsere Wirtschaft am Laufen halten. Wir sind auf jeden Fall auch noch ein paar Stühle frei und bei Patreon könnt ihr auch zur Stammgästin werden. In den Shownotes erfahrt ihr wie. Vielen, vielen Dank an dich, Patrick, für das spannende Gespräch und für deinen Besuch hier bei uns. Wir konnten ja live aufnehmen, was uns sehr, sehr freut. Und wir weisen natürlich noch mal sehr gerne auf das Buch hin, das wir sehr empfehlen können. Nichts für alle erschienen im Brumer Verlag. Schaut euch das gerne an und dann einen schönen Tag euch und tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.